Mein Kollege Klaas-Oliver Richter beobachtet den Minigipfel in Harbsund. Ich grüße Sie. Schweden, Briten und die Niederländer sind mehr oder weniger offen gegen Jean-Claude Juncker. Die Kanzlerin mehr oder weniger für Juncker. Bei den europäischen Konservativen knirscht es also. In welcher Atmosphäre findet denn das Treffen wirklich statt? Naja, wir sind hier in einer schwedischen Idylle. Mitten im skandinavischen Sommer um uns herum sind die Häuser rot angemalt. Also mehr Idylle geht eigentlich nicht. Und das ist ja auch das Bild, das vermittelt werden sollte. Vier Regierungschefs, die vertraut, kollegial in dieser Idylle miteinander reden. Miteinander nach Lösungen und neuen Ideen für die Europäische Union suchen. Was von diesem Bild, was von dieser Atmosphäre übrig geblieben ist, als sie miteinander am Tisch gesessen haben und miteinander geredet haben, das muss man sehen, da bin ich etwas skeptisch. Denn inhaltlich in der Tat liegen Angela Merkel zum Beispiel und David Klammern doch recht weit auseinander. Ja, nun heißt es ja, man würde nicht, natürlich geht ja auch gar nicht abschließend, über die Personalie Juncker dort sprechen. Aber das Top-Thema wird ja wohl Juncker gewesen sein. Als die vier gestern hier angekommen sind, haben alle unisono und unaufgefordert darauf hingewiesen, dass es um Inhaltliches geht, um Konzepte und eben nicht um Jean-Claude Juncker. Aber Jean-Claude Juncker steht nun einmal für ein starkes Brüssel, für starke Brüsseler Institutionen. Und Politiker stehen eben auch für politische Konzepte, auch Jean-Claude Juncker. Und deshalb war Jean-Claude Juncker natürlich irgendwie mit am Verhandlungstisch. Von den Briten weiß man es ja, dass sich Premier Cameron vehement gegen Juncker stellt und sogar mit dem Austritt aus der Europäischen Union droht. Aber was haben die Schweden eigentlich gegen Juncker? Schweden braucht Europa für seine Wirtschaft. Die meisten Waren und Dienstleistungen aus Schweden gehen in die europäischen Länder. Auf der anderen Seite verstehen sich die Schweden, obwohl sie sich schon als Europäer sehen, als Schweden und möchten möglichst viele Befugnisse und möglichst viele Entscheidungen im Land lassen und verbitten sich Einmischungen, wo immer es ihnen nötig erscheint. Zum Beispiel auch der Euro ist hier im Land überhaupt kein Thema. Aber nun steht Jean-Claude Juncker eben für ein starkes Europa, das auch Befugnisse nach Brüssel holen will. Deshalb die Vorbehalte gegen ihn. Die Juncker-Skeptiker mahnen Reformen an, sie sagen es. Aber worum geht es inhaltlich eigentlich genau, auch bei diesem Minigipfel? Im Kern geht es immer darum, braucht es in den nächsten Jahren mehr Europa oder weniger Europa? Braucht es mehr Brüssel oder weniger Brüssel? Drei der Regierungschefs hier sind für weniger Brüssel, für weniger Brüsseler Institutionen, für weniger Befugnisse in der Zentrale, sage ich mal. Angela Merkel sieht das anders. Vor dem Hintergrund dessen, dass natürlich im weltweiten Handel gerade die Konkurrenz aus Asien und aus Amerika auch immer größer wird. Ich glaube, das ist der Dissens, der die vier Regierungschefs hier, naja, den ganzen Abend über beschäftigt haben wird. Und uns beschäftigt ab 10.30 Uhr dann die Pressekonferenz in Harbson, die wir dann live übertragen. Klaas, Oliver Richter, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Klaas, Oliver Richter, vielen Dank.